Alles klar, Boot taucht ab. Kürzlich untersuchten Wissenschaftler den Meeresgrund und stießen auf ein Geräusch, das noch nie ein Mensch zuvor gehört hatte. Oh nein, mach, dass das aufhört, Cramps, bitte! Von Paramount Animation und Nickelodeon Movies. Wir sind in Krabbenberger! Die Krabbenberger Geheimfonds, sie ist weg! Ohne sie droht uns ein völliger gesellschaftlicher Zusammenbruch. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen? Willkommen beim Weltuntergang. Hoffentlich mögt ihr Leder. Um Ihre Welt zu retten. Ich rieche Krabbenberger von da drüben. Die Oberfläche. Na gut, alle Nebendarsteller kommen jetzt mal mit. Müssen Sie in unsere kommen. Wo sind wir denn hier gelandet? Der sieht schlau aus mit seinen fünf Köpfen. Vielleicht weiß er's. Zuckerwatte! Wenn ihr das alles esst, könnt ihr um die ganze Welt rennen. So viel Energie habt ihr! Wann hört der Zucker auf zu wirken? 2015. Krabbenberger! Was machst du denn da mit meiner Formel? Du meinst? Meine Formel! Das passiert schon mal, wenn ich nervös bin. Angriff! Ein Superschurke lässt sich nur aufhalten. Machen wir ihn platt! Indem man zum Superhelden wird. Seht mich an, ich bin ein Gott! Was ist das für ein teuflisches Teil? Spongebob! Patrick. Sprich mit mir Kumpel. Ich sehe ein helles Licht. Ist das besser so? Viel. Dankeschön. Spongebob Schwammkorb 3D. Wache wird am besten kalt serviert. Vielleicht hätten wir dir noch eine bessere Superkraft aussuchen sollen. Sie sind Spätkupe. Ja, wir hatten Platten. Es ist eine indische Aufklärungsdrohne. Solarstrom könnte eine ganze Farm versorgen. Was hast du gemacht, Merv? Ah, sie hat gar nichts gemacht. Aber Mervis Law.